Ein 20-Jähriger meldet einen Streit mit einem Paar. Seinen Notruf führt Paul Richter und Holger Detlefsen in einem Wald nach Köln-Brück. Hallo, Polizei. Hallo. Was ist der Grund des Streits? Der hat uns mit einer Drohne gefilmt. Das ist mein Ex-Freund, der verfolgt mich oder so. Das ist doch ekelhaft. Ich habe sie angerufen, weil der junge Mann, der hat meine Drohne kaputt gemacht. Ich bin ja nur ein bisschen unterwegs, wollte die Landschaft ein bisschen filmen. Und da hat der junge Mann mit der Cola-Dose gegen meine Drohne geworfen. Ich habe gar nichts geworfen. Wo ist die Drohne denn gelandet? Die Drohne liegt hier oben drauf, auf dem Dach. Da funktioniert aber auch gar nichts mehr. Sie können das Ding nicht mehr steuern, ja? Nee, gar nicht. Und die junge Dame oder die beiden Herrschaften hier geben aber an, dass Sie die beiden gefilmt haben. Die saßen da hinten auf der Bank und dann hat dieser Typ hier uns gefilmt. Richtig pervers, ey. Nein, das stimmt nicht. Ich war hier im Wald unterwegs. Ich wollte meine neue Drohne testen, genau. Okay, und dann haben Sie die Drohne beworfen oder ist die runtergekommen? Nein, ich habe gar nichts beworfen. Wir wollten eigentlich nicht... Wir wollten davon weggehen einfach. Das ist total gruselig, wenn Sie da einfach in Ruhe sitzen wollen. Der Defekt sieht die jetzt ja auch nicht aus, ne? Wir wollten einfach nur aufstehen und dann wollten wir weggehen wegen dieser Drohne, weil wir die gesehen haben. Oder haben Sie nur die Funkverbindung verloren? Das Ding ist von alleine. Ich habe alles probiert, das geht nicht. Ich hatte es auch auf Video. Was haben Sie denn? Man sieht das ganz genau. Okay, können Sie das Video jetzt über das Panel hier abspielen? Ja, das ist gespeichert. Ich kann es jederzeit laufen lassen. Was auch immer auf dem Video zu sehen sein wird. Die Kommissare halten es für einen merkwürdigen Zufall, dass der Drohnenpilot ausgerechnet dort filmt, wo sich seine Ex-Freundin aufhält. Ich wollte mir das hier ein bisschen mal anschauen mit der Drohne, die Qualität des Bildes. Ja, wunderschöne Aufnahmen, muss ich Ihnen sagen, aber ich weiß noch, noch sehe ich gar nichts. Ja, das kommt jetzt gleich. Ich habe die beiden da geredet. Dann bin ich mal dahin geflogen. Ja, da sind wir doch. So, ich sehe Sie auch. Da sieht man doch, wie er extra runtergeht. Das ist so krank einfach. Jetzt schauen Sie mal bitte. Sie sind aber recht nah auf dem Pärchen auch stehen geblieben jetzt, ne? Ja, aber nur ganz kurz. Und dann hatten Sie mich ja auch schon entdeckt. Das ist ja auch okay gewesen. Dann wollte ich einfach nur noch weg. Ja, aber was soll das denn? Ja, ich wollte mir jetzt einfach nur hier alles ein bisschen angucken. Aber Sie haben ja nicht nur die Landschaft angeguckt, sondern Sie sind ja tatsächlich auf denen drauf. Das ist nicht okay. Nee. Nee. Es bleibt mich sowieso schon, seitdem ich Schluss gemacht habe mit irgendwelchen E-Mails zu und keine Ahnung was. Dann habe ich einmal geantwortet, um Ihnen klarzumachen, dass ich nichts mehr will. Ja, ich sehe, ich sehe. Da ist noch jemand, der ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Haben Sie das gesehen? Ja, ich habe das gesehen. Der stand aber an der Hütte da hinten. Und an der Hütte ist die Drohne auch abgestürzt, wie Paul Richter auf dem Video sieht. Das Paar ist also unschuldig. Aber der Mann in dem ungewöhnlich gelben Anzug könnte etwas damit zu tun haben. Wer war denn jetzt der Herr, den wir da hinten gesehen haben? Sie können es ja nicht gewesen sein. Und wenn Sie hier nicht gerade... Der sagt er fast nicht. Sie haben eben gesagt, das hat er komisch gerochen. Oder was? Bleiben Sie kurz mal hier stehen, bitte. Wir kommen wieder auf Sie zu. Keine Panik. Ja. Nicht streiten. Ich sehe ich das mal. Ja, alles gut. Der stand ja hier, oder nicht? Habe ich das richtig gesehen? Du hast das Video gesehen. Ja. Der war ja nur wirklich auffällig gekleidet. Was hat er denn angehabt? Ich habe nichts gesehen. Ein Handschuh. So einen gelben Chemieanzug. Ein Chemieanzug? Ja, wie so ein... Was soll ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ein Wald, ein Chemieanzug? Ja, und eine Maske. Irgendwas hat er im Gesicht gehabt. Wohl riechen tut es ja schon komisch. Was ist denn hier? Nicht nicht. Ist alles verhangen? Paul, kommst du? Was hast du? Ich glaube, hier ist ein Loch. Alter, das sieht aus wie so eine Chemieküche da drin. Wie so ein Labor. Hier war. Habe ich schon gesagt. Der hat irgendwie so eine Lampe an. Ja. Obwohl es... Ah, Lennon. Irgendwas mit Chemie macht er da drin. Das ist aber nicht gewollt, oder? Gucken, ob wir hier die Tür aufkriegen. Ich will schon mal ein Brecheisen. Genau, haben wir ja mit. Das riecht auch komisch, oder? Riechst du das auch? Das riecht nicht gerade gut. Das ist ein Kuhfuß. Drück mal. Nach Ihnen, junge Frau. Hier hätten wir den Chemieanzug. Das beißt richtig, ne? Was ist denn das? Also, wenn du mich so fragst... Oh, nein, ne? Guck mal. Würde ich mal sagen, der hat hier... ...Drogen produziert. Alter. Paul. Ja. Crystal? Ja. Ja, würde ich sagen. Oh. Nicht gering. Mist. Klar, eine Gasmaske. Aber ordentlich, ne? Ja. Arnold, 1534. Wir brauchen einmal KTU und benachrichtigende Kripo. Drogenfund geht hier um ein Labor, in dem augenscheinlich Crystal Meth hergestellt wird, in nicht geringer Menge. Und zwar in dieser Waldhütte, an der wir hier die Streitigkeit festgestellt haben. Die Beamten machen sich sofort auf die Suche nach dem verdächtigen Drogenhersteller. In welche Richtung der Unbekannte gegangen ist, wissen die drei jungen Leute nicht. Gut, jetzt können wir hier natürlich weit laufen. Da hinten kommt einer. Da hinten ist zumindest irgendjemand, den können wir mal befragen. Kann das denn der Förster sein? Sieht zumindest aus wie ein Förster oder ein Jäger, ne? Ja, eine Kniffte, ne? Ja, ja, hat er. Hallo. Wir grüßen. Ich grüße Sie auch. Sagen Sie mal, wir sind hier gerade über eine Streitigkeit hinzugezogen worden und sind auf der Suche nach einem Herrn, der sich hier in einem gelben Anzug durch den Wald bewegt hat. Ist Ihnen da irgendwas aufgefallen? Nö, mir ist bisher nichts aufgefallen. Ich habe keinen gesehen. Sind Sie der zuständige Jäger hier? Nein. Nein? Nein, es ist so. Ich kenne den Besitzer des Waldes. Ja, ich höre zu. Ja, und ich habe eben halt auch hier eine Jagderlaubnis. Also, ich wüsste jetzt nicht. Aha. Haben Sie einen Jagdschein? Ja. Haben Sie dabei? Waffenschein auch? Ja, habe ich auch. Ja, habe ich auch. Ich muss es gleich mal angucken. Gerne, ne? Mhm. Wollen Sie einmal mit mir nach vorne kommen? Ja, wir haben da noch drei Herrschaften stehen, sprich mal. Siehst du das? Ja, jetzt? Ja. In seinem Gesicht? Ja. Was haben Sie im Gesicht gehabt? Ja, weiß ich nicht. Nehmen Sie mal das Gewehr ab. Geben Sie mir mal das Gewehr. Geben Sie mir mal das Gewehr. Gewehr dem Kollegen, bitte. Darf ich mal fragen, was jetzt los ist? Ja, Sie haben Markierungen im Gesicht, beziehungsweise Druckstellen im Gesicht, die auf etwas hindeuten, was wir eben auf einem Video gesehen haben. Haben Sie eine Gasmaske getragen vorhin? Nicht, dass ich wüsste. Sie haben Druckpunkte im Gesicht, deutlich zu sehen. Bleiben Sie hier stehen. Bleiben Sie. Machen Sie kein Sprökes jetzt hier. Okay. Ganz locker bleiben. Sagen Sie mir mal den Namen. Äh, äh. Wie heißen Sie? Simon Goldberg. Herr Goldberg. Legen Sie einmal die Tasche ab. Ich nehme jetzt die Tasche und gucke jetzt mal da rein. Ihr Kollege bleibt bei Ihnen. Warten Sie sich vernünftig, ja? Okay, gut. Kein Sprökes machen. Ist da irgendwas drin, wo ich mich daran verletzen kann? Nö. Und bis auf Papier und sonst ist nichts drin. Wenn ihr was riesengroßes Missverständnis sagen. Alles klar. Voll festgenommen, ne? Lassen Sie ganz locker. So, da glaube ich. Ich bin festgenommen. Ich nehme mal an, Christel Messe in der Tasche. Ich gehe schwer davon aus. Der Mann wird sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Eines bleibt nur noch zu klären. Ähm, das Video, haben Sie es gelöscht? Nein, das habe ich nicht gelöscht. Ja, du löscht das jetzt bitte. Du löscht das. Es reicht doch mal langsam. Also Fakt ist, die Herrschaften haben recht am eigenen Bild und die dürfen sie nicht filmen. Sie dürfen große Menschenmengen filmen, wenn irgendwas ist, aber keine einzelnen Menschen. Das ist einfach nicht erlaubt. Holger Detlefsen ermahnt den Drohnenpiloten außerdem, seine Ex-Freundin zukünftig in Ruhe zu lassen. Heidi Matera und Arne Schneider folgen dem aufgeregten Notruf einer Frau in ein Schwimmbad nach Köln-Zollstock. Hallo. Sie können hier direkt reinkommen. Okay, super. Sie haben auch angerufen? Ja, genau. Das ist gut. Sie sind die Frau? Adja Vogt. Vogt. Ah, okay. Alles klar. Ich dachte, ein Hintereingang ist jetzt einfacher, dann müssen wir nicht durch. Genau, dann müssen wir nicht aber komplett durchgehen. Genau. Das ist schön. Was ist denn passiert? Ich habe eine Blutlage gefunden. Okay, wir gucken mal. Okay. Sonst noch irgendwas aufgefallen? War jemand hier? Haben Sie hier jemanden gesehen? Gar nicht. Also wir sind ja relativ früh am Morgen heute. Es ist noch nicht allzu viel los. Und deswegen habe ich mich selber gewundert. Es hat sich niemand gemeldet. Es hat sich niemand verletzt. Also ist keiner zu Ihnen gekommen, dass er sich verletzt hat oder irgendwie sowas geschnitten? Oder ich sag mal in der Dusche. Hier kann man sich jetzt... Also ich kann es mir nicht erklären. Es riecht aber so ein bisschen süß, oder? Fitts nicht? Wie so ein Sirup. Ja, als wir in die Dusche gegangen sind, da habe ich mir gedacht, na gut, das sieht jetzt aus wie Blut. Das war aber doch eine andere Konsistenz. Und ich meine, ich bin ja die hessische Miss Marple. Mir fällt das gleich auf. Nee, aber es hat auch ziemlich süß gerochen. Und es war so ein bisschen babbisch. Also es war ganz anders als Blut. Kann es sein, dass hier jemand irgendwas verschützt hat? Irgendwas, irgendein Getränk oder wie so ein Sirup. Weil es ist auch so ein bisschen babbisch, wenn man ruf tritt. Als Anlass in der Dusche wäre es ja sehr merkwürdig. Ja, aber sonst ist ja nirgendwas. Ich kann ja noch mal um die Ecke gucken, vielleicht steht ja noch einer. Das ist so ein bisschen wie Tischsaft oder so. Ja, so babbisch auch. Ja. Das ist merkwürdig. Okay. Da kann mich doch niemand verarscht haben, oder? Ich meine, das ist ja jetzt ein bisschen... Ich habe einen Schrecken bekommen. Ja, gut, das sieht ja jetzt erst mal auf den ersten Blick schon brutal aus. Obwohl bei wenig Blut sieht es auch aus, als wäre da jemand abgeschlachtet worden. Okay. Also das konnte ich jetzt nicht einschätzen. Inwiefern das... Nö, ist ja auch richtig. Also kann ja auch sein, dass was passiert ist. Die Beamten vermuten, dass jemand die Angestellte mit dieser Aktion ablenken wollte und überprüfen deshalb die Kasse. Das gibt es doch gar nicht. Die Kasse ist tatsächlich leer. Okay. Gehen Sie mal weg. Nicht, dass Sie da... Oh. Und sogar... Und sogar mein Ring. Ich habe dort immer meinen Ring vor meinen Eltern. Also... Und der mir echt viel bedeutet. Und der ist auch weg. Ich schließe ihn immer dort ein. Das kann doch nicht sein. Okay. Die Kasse wird nur durch den Schlüssel hier jetzt geöffnet, oder was? Das ist ja noch nie vorgekommen, oder was? Ja, genau. Ich bin ja gerade der Meister. Ah ja. Okay, also die Kasse wird jetzt nur durch den Schlüssel geöffnet hier. Ja, genau. Der steckt immer. Oder muss man... Ist ja... Liegt der so hoch? Das ist eigentlich immer verschlossen, klar. Das muss ja eine Form von Funken Zugriff... Gut, für uns ist jetzt wichtig, wer weiß... Wer weiß oder wer kommt an den Schlüssel hin jetzt? Oder steckt der immer? Weil dann kann es ja jeder sein, wenn jetzt nur bestimmter Personenkreis... Also wir verstecken den Schlüssel immer eigentlich. Eigentlich wissen nur, wie, wo der ist. Gut, das schränkt der jetzt den Personenkreis dann ein. Naja, gut. Ich sage mal so. Also wir sind ein bisschen nachlässig geworden. Wir packen den halt immer hier unten ins Regal. Also ich weiß, wir sollten den anders verstecken, aber... Ja. Das ist doch ein Neger gewesen. Das gibt es ja nicht. Okay. Kasse Offenung, wo du gekommen bist schon, oder wann hast du das... Mein Ring ist sogar weg. Also mein privater Ring. Außerdem fehlen 200 Euro in der Kasse. Womöglich hat ein Gast beobachtet, wo die Angestellte den Schlüssel aufbewahrt. In letzter Zeit ist mir eine Person doch schon ins Auge gefallen hier, auch hier vom Verhalten, der auffällig war. Weil der war sonst nie so oft hier. Das ist ein Stammgast. Ja, und der kam auf einmal so, ich sage mal, die letzten zwei, drei Wochen war der fast hier in Tach hier. Und der hat jeden, jeden Schritt hier, das ist mir sofort aufgefallen, ist egal, wo ich hergegangen bin, hat der beobachtet. Ich weiß nicht, wer heißt dieser etwas braunerige, der, wo du immer... Ja, ist er... Ja, genau. Ist der gerade da? Der war in letzter Zeit... Der ist heute da. Der ist heute da. Der ist heute da. Ja, ich habe ihn vorhin schon gesehen. Wo können wir den denn, wie heißt der junge Mann da, den Sie vielleicht sehen? Silvan. Also er ist ein Saunagast, also wird er bestimmt in der Sauna sein, nehme ich mal an. Gehen wir mal da hin. Wer will vorgehen von Ihnen? Gehen Sie mal, weil da ist ja vorhin hier einer rumgehückt. Ja, ja. Da liegt jemand drin. Raus. Hol mal raus, ich schritte den Notarzt. Kommen Sie mal raus. Geht's Ihnen gut? Hallo? Hallo? Also Sie ist nicht wirklich ansprechbar. Können wir Sie mal raustragen hier aus der Hitze? Wollen Sie mal die Füße anfassen? Ja. Andi, hol gleich den Notarzt. Ja. Ganz langsam. Wir lassen Sie auf jeden Fall erstmal hier... Okay, Andi, hol jemanden. Rausbrechen. Okay. Alles gut. Alles gut. Okay, wir legen Sie erstmal auf die Seite. Wir drehen Sie nach links, weil sie hat rechts eine Kopfverletzung. Ja. Zumindest... Wir bräuchten ein paar Rettungskräfte. Und zwar, wir haben hier eine lebende Person aufgefunden in der Sauna, überhitzt, anscheinend auch mit einer Kopfverletzung. Die Ordnungshüter fragen sich nicht nur, wer die Frau in die Sauna eingesperrt hat, sondern auch, warum jemand so etwas tut. Zeitgleich hat eine Person auf der Wache Köln-Mülheim die volle Aufmerksamkeit der Polizei. Clara Ortega kümmert sich um ein Baby. Eine Melderin hatte bezweifelt, dass es das Kind eines 35-Jährigen ist. Guck mal her. Ja. Und dann kam sie doch schon. Und ich kann auch jetzt die Situation gar nicht verstehen, was da vorgeworfen wird. Ich muss gestehen, das ist tatsächlich relativ ungewöhnlich. Warte. Ja. Warte. Warte. Ja, warte. Ja. Also es geht tatsächlich darum, das haben Sie ja mittlerweile mitbekommen, dass die Dame anzweifelt, dass es tatsächlich sich um ihr Baby handelt. Das ist ja wohl nicht recht halt. Ja. Wissen Sie, Herr Müller, ob Ihre Frau schon verständigt wurde? Ich denke schon. Also ich hatte ihr Freundin eine Nachricht geschrieben, als wir unterwegs hierhin waren. Aber Sie müssen eigentlich jeden Augenblick hier sein und die ganze Situation auflösen. Ja, ich hoffe. Die bringt ja auch die Geburtsurkunde der Kleine mit. Ja, genau. Also im Prinzip muss ich ehrlich sagen, es tut mir schon fast leid, dass wir hier so einen Borei darum machen. Ja? Esa, ich habe hier die Ehefrau von dem David. Ah, super. Komm schon mit rein. Ist die alles okay? Anna, alles gut. Ja. Wo ist die Kleine? Die ist drüben bei der Polizeikollegin. Ja, ja, die ist bei meiner Kollegin in der Küche. Okay. Da hat ja jemand Hunger. Die Mutter des Babys ist in Begleitung ihres Bruders auf der Wache. Peter Rothmeier studiert die Geburtsurkunde des Kindes. Stimmt alles überein und dementsprechend können wir die Situation hier runterfahren und allen einen schönen Tag wünschen. Hier in dem Fall ist es ja so, dass, wie nicht zusammengepasst hat, dass hier ein hellhäutiges Baby da ist mit einem dunkelhäutigen Vater. Ob es jetzt ein Generationsproblem weiß ich ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, im heutigen Europa ist sowas auch gar nicht ungewöhnlich. Geleitest du die Herrschaften vielleicht nach draußen? Wenn nett, dann kann ich mich wieder hier. Alles klar. Danke, dass Sie es aufgelöst haben. Ja, bitte. Nix zu da hinten. Den Fahndungs... Ähm... Clara? Ja? Der Herr bleibt mal bitte bei mir. Äh, ich muss Sie zu einer Sache befragen. Das ist was Aktuelles von gestern. Es wäre nett, wenn Sie einmal Platz nehmen würden und mir Ihre Personaldaten angeben. Ich brauche Ihren Personalausweis. Entschuldigung, worum geht es denn hier? Das kann ich Ihnen jetzt so nicht eröffnen. Sie sind Angehörige, der Herr ist volljährig. Ja, ich bin aber die ältere Schwester und ich würde gerne wissen, worum es hier geht. Dann kann er selber entscheiden. Wenn Sie gerne hätten, dass die Schwester dabei ist... Ist es okay, dass ich hier bleibe? Ja, ich weiß nicht was los, ist klar. Ja, komm. Dann lass ich Ihren Mann im Flur warten so lange. Ja, ja, der soll einmal Platz nehmen. Ja, ja, alles klar. Dann nehmen Sie hier Platz. Könnt ihr einmal die Tür schließen, bitte? Danke. Jo. Herr Becker? Ja? Ich habe hier einen Fahndungsaufruf vom gestrigen Tag wegen Diebstahls. Bitte? Ich weiß selbst nicht, was los war. Ich war bei Freunden oder so. Bei Freunden? Ja. Hast du Geldsorgen? Nein, alles gut. Wir hatten die Vereinbarung, wenn dein BAföG nicht reicht, sagst du mir Bescheid. Ja, ich weiß, alles gut. Also, ist es tatsächlich... Ist es okay für Sie, wenn die Schwester dabei ist? Ja... Wo geht es denn überhaupt? Es geht jetzt um Details. Es ist tatsächlich in Diebstahl angezeigt worden, die sind der Tat als Tatverdächtige angegeben worden. Und es ist eine nicht unerheblich geringe Menge an Bargeld entwendet worden. Es ist Schmuck entwendet worden. Also, da ist schon ein gewisser Wert vorhanden. Deswegen auch der Fahndungsaufruf nach Ihnen. Und die Geschädigte hat einen Professorentitel. Ja. Hilft Ihnen das eventuell weiter in der Gedächtnisfindung? Du bist zufällig Student. Ja. Jetzt rück raus mit der Sprache. Ja, da könnte was sein, aber... Was denn? Ich möchte das bitte mit Ihnen alleine besprechen. Kannst du kurz rausgehen? Hast du Geheimnisse? Nein, aber... Ich muss auch ehrlich gestehen, das geht sie jetzt auch tatsächlich nichts an. Ja? Der Herr ist, auch wenn er ihr Bruder ist, volljährig und dementsprechend werden wir die Unterhaltung alleine fortsetzen. Ich würde Sie dann mal raus bitten. Ja, wenn das dein Wunsch ist, dann verlasse ich den Raum. Er kann es Ihnen ja immer noch erzählen, wenn er der Meinung ist, dass er möchte, dass Sie es wissen. Genau. Und du weißt, was du tust. Sie können sich ja zu Ihrem Mann setzen. Genau. Super. Dass wir einmal hier alleine sind, dann denke ich mal, der Herr Becker kommt jetzt raus mit der Sprache. Ja, also es ist so, wie meine Schwester gerade schon angesprochen hat, in Wirklichkeit reicht das BAföG nicht aus. Ja. Und ja, nebenbei mache ich noch so eine kleine Tätigkeit. Als? Ja, das ist ein Escort-Service für ältere Frauen. Okay. Und diese Frau Dr. Dana, die ist auch eine Kundin von mir und ja, die hat sich in mich verliebt und das war einfach alles zu viel und dann habe ich den Kontakt abgebrochen. Der Callboy vermutet, dass seine Uni-Professorin sich für seine Abfuhr rächen wollte und ihn deshalb des Diebstahls bezichtigt. Die 52-Jährige fragt nach, ob der Dieb schon gefasst wurde. Peter Rothmeier nutzt ihr Auftauchen für eine Konfrontation. Ich möchte aber nochmal zu Ihnen zurückkommen. Wie gesagt, ein Alibi hätte er. Auf der ganzen Grundlage, Escort-Service. Dann hat er uns auch noch gerade gesagt, Sie hätten ihn, das haben Sie ja gerade, Sie hätten sich so ein bisschen in ihn verliebt. Ja? Und bevor wir jetzt hier in Ribidulie kommen und eine Straftat vortäuschen... Ja, mein Gott, es ist gerade beschämend für mich. Es tut mir sehr leid und ich habe das so auch nicht gewollt. Jan, ich habe dir angeboten, ich kann dich auch finanziell unterstützen und ich habe gedacht, das beruht irgendwo auf Gegenseitigkeit, dass du mich auch liebst und du bist so ein toller Junge und deine Noten sind super und dir steht die Welt einfach noch offen. Ich habe gesagt, du sollst oder musst diesen Job nicht mehr machen und du weißt, ich habe mich in dich verliebt und ich möchte nicht, dass du dich weiterhin mit anderen Frauen triffst. Ja, und dann kam mir halt diese Gelegenheit, ich will ihn anzeigen, deswegen war ich jetzt eigentlich hier. Ich wollte nochmal mit ihm sprechen und unter vier Augen ihm nochmal eine Chance geben, dass er es vielleicht nochmal bedenkt und dass er uns auch eine Chance gibt und dass ich dann die Anzeige zurückgezogen hätte. Aber wenn sie ihn doch wirklich lieben würden, dann ist das doch gar keine Option, jemanden anzuzeigen. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Es war eine Kurzschlussreaktion, die halt in meinen Kopf gestoßen ist und ja, habe halt überreagiert. Die Professorin des Studenten wird wegen Vortäuschens einer Straftat und falscher Verdächtigung belangt. In Köln-Zollstock stecken Arne Schneider und Heidi Matera noch mitten in ihren Ermittlungen. Ein Unbekannter hat die Kasse eines Schwimmbads geplündert. Noch dramatischer ist jedoch, dass eine ältere Dame in der Sauna eingesperrt war. Hallo, hier, sie lag hier in der Sauna, die Pügel auch verbarrikadiert. Wir wissen nicht, wie lange sie drin lagen und sie hat eine Wunde hier am Kopf. Ja, ich mach einfach mal Platz. Also haben Sie gerade erst rausgeholt. Okay. Ich kann auch ganz schnell wieder nach hinten rausgehen. Okay, gut, das ist natürlich ... In letzter Sekunde, dann weiß man, was da noch passiert. Ja, man weiß, wie lange die da schon drin liegt. Ja. Ich sag mal, die Platzwunde am Kopf sieht jetzt schon aus, als wäre sie niedergeschlagen worden. Ja, ja. Die Situation, dass das einer zumacht, das ist ja jetzt auch ... Ja, das ist ja seltsam. Also es sind definitiv ja nicht so viele Leute hier, haben Sie gesagt, ne? Ja, das sehe ich ja. Also so viel Täterkreis haben wir ja dann nicht. Ich würde mal vorschlagen, vielleicht diesen Tätowiert mal abzugucken. Also Sie haben jetzt hier aber nicht gesehen, weil Sie ja gesagt haben, Sie haben Aufbruchs aufgemacht. Das ist schon einige Zeit her, das kann ich ja nicht sagen. Okay. Okay, gut. Dann müssen wir auf jeden Fall Zeugen befragen. Ja. Also Sie haben auch gar nichts gesehen. Sie haben jetzt schon die Blutlache gesehen, hier haben Sie jetzt keine ... Ich bin jetzt gerade ganz durcheinander. Nein, aber nein, ich hab nichts gesehen. Also ... Dann bleiben Sie erst mal aufsitzen. Genau. Bleiben wir hier, kümmern sich mit um die junge Dame und wir gucken mal, wo dieser junge Mann ist. Vielleicht ist er auch Zeuge. Wir haben hier diverse Vorfälle gehabt. Zum einen wurde die Kasse rausgeraubt, zum anderen haben wir gerade eine verletzte Person gefunden in der Sauna, wo von außen die Sauna verbarrikadiert waren. Okay. Wir wollen Sie jetzt nicht sofort als Beschuldigten hier darstellen. Wir wollen Sie jetzt erst mal befragen, ob Sie was gesehen haben. Der junge Mann tendiert in Richtung, dass Sie das waren. Was? Das ist ja wohl eine Frechheit so. Ja, jetzt dumm, befahren wir Sie ja ... Ich habe öfter mal, habe ich gesehen, die Leute beobachtet und sind häufiger hier zu Gast als wie sonst. Ich bin seit einem halben Jahr Stammgast hier. Ich bin ab und zu hier zum Saunieren. Okay, gut, also wir wollen Sie jetzt alle mal befragen. Das ist ja klar. Ja, genau. Machen wir es mal so. Wir gucken jetzt mal in Ihr Fechtchen. Und in dem Spind des jungen Stammgasts entdecken die Polizisten Interessantes. Also wir haben in einer Dusche, haben wir Kirschsaal gefunden. Ja. Oder wir haben Sirup oder irgendwas Rotes gefunden, wo da verschüttet worden ist. Komisch. Jetzt liegt das bei Ihnen da drin. Dann fehlt aus der Kasse Geld. Komisch. Liegt da drin. So, ist ja auch Ihr Fach. Richtig, genau. Ist mein Ausweis richtig. Und Sie sind jetzt gerade aus der Sauna gekommen und sind hier rein und sperren auf? Also, Sie sehen schon ein, dass es jetzt ein bisschen blöd ist. Gerade für Sie. Ich komme mir gerade selber blöde vor. Ich bin sehr überrascht. Ja. Wo waren Sie denn jetzt, wenn wir jetzt die letzte halbe Stunde mal aufgröseln? Die Dame ist jetzt wieder ansprechbar, wenn er Fragen hat, ja? Ja. Okay, dann kommen wir gleich zu Ihnen. Sie können ja mit in die Richtung kommen. Ja. Bleiben wir auf jeden Fall in der Nähe. Wir würden jetzt erst mal kurz die Damen befragen. Okay, Ihnen geht es wieder einigermaßen gut. Ja. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Weil, ich sag mal, Sie sind verletzt am Kopf und Sie waren in der Sauna eingeschlossen. Wie kam das zustande? Ja, das weiß ich echt nicht. Wissen Sie nicht? Ich war kurz vorne an der Kasse. In dem Thekenbereich da hinten, wo das Essen verkauft wird? Okay. Und was ist da passiert? Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt gerade hier. Hat Sie jemanden geschlagen oder haben Sie jemanden gesehen im Kassenbereich? Ja, natürlich. Wen haben Sie gesehen da? Da war doch der nette Kassierer. Wer war der Kassierer? Wer war der Kassierer? Ja. Kommen Sie mal gerade vor. Ist das er hier gewesen? Ach, Sie waren da. Sie erkennen ihn? Er war in der Kasse gestanden? Ja doch, das durch dieses Shirt. Ja, und dann? Das gefiel mir so gut. Er stand da vorne und hat hektische Bewegungen an der Kasse gemacht. Und ich dachte, er sucht irgendwas oder? Okay. Und habe ihm meine Hilfe angeboten. Aha. Und dann? Dann weiß ich nichts. Dann ist Dunkel geworden? Ja. Das heißt Dunkel, wurden Sie geschlagen, niedergeschlagen oder was? In meinem Handtuch ist mir runtergeglittert, dann habe er mich gebückt und dann war es. Waren da noch andere Leute in dem Bereich oder war der junge Mann allein? Nein. Der junge Mann ist mir an und für sich nur begegnet oder ich ihm. Okay, gut. Das erscheint ja wieder ein bisschen ganz anderes. Ich wollte gerade sagen. Nein, da ist mir ganz im Stress untergegangen. Ja, Sie gragele dauerndes Böse Bub mit seiner Tätowierung. Aber ich glaube, der Böse Bub sind Sie. Kann das so halten? Tja, ne, Böse Bub bin ich nicht. Herr Hansen, also jetzt mal, wenn Sie jetzt keinen Patenten, anderen Zeugen dabei haben, gehen wir jetzt davon aus, dass Sie die junge Dame hielgeschlagen haben und hier in der Saustür auch noch eingesperrt haben. Also, je nachdem, wie lange sie da drin liegt, könnte das in Richtung Tötungsdelikt gehen. Also, wäre ganz gut, wenn Sie etwas Entlastendes dazu beitragen. Ja, Vorsatz auch noch. Ich wollte, das war eine Kurzschlussreaktion. Und warum nimmst du denn meinen Ring mit? Ich meine, das ist ja ganz schön kriminell, was du da gemacht hast. Tja, ich habe schon ein Auge, ich erkläre es Ihnen nicht mehr. Ja, jetzt mal ruhig. Wo ist denn der Ring eigentlich? Ja, den habe ich auch noch. Den haben Sie noch, dann sofort zurück hier. Ja, ich wollte ich den morgen gestern wiedergeben und dann, so erzählen. Okay, können Sie uns trotzdem erklären, was das Ganze jetzt auf sich hat hier? Ja, ich weiß, das ist schon ein bisschen krass. Ich wollte eigentlich nur, weil ich habe mich in sie verliebt in letzter Zeit und habe festgestellt, durch das auffällige Verhalten von den Herren, dass sie auch so miteinander flirten. Und deshalb wollte der Bademeister seinem Nebenbuhler einen Diebstahl anhängen, um ihn vor seiner Angebeteten zu verunglimpfen. Der Täter muss nun mit einer Haftstrafe rechnen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020